Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Letzte Folge ist leider OBS. Ich weiß nicht genau. Irgendwie ist das Spiel gecrasht. Es war alles weg, aber ihr habt nicht viel verpasst. Ich habe angefangen den Keller auszubauen und hoffe immer noch Kohle zu finden. Und ich habe mir draußen Oh, okay. Es ist genau hier gecrasht anscheinend. Da hinten ist eine Höhle. Und ich habe mir draußen ein kleines Beet angebaut, damit wir nicht gleich verhungern. Ich denke mal, das mit der Nahrung wirkt ziemlich knapp. Und wie ihr noch wisst, ich möchte nach wie vor keine Tiere töten. Deswegen dürfte das echt spannend werden. Ich habe mich auch kurz im Dorf umgeguckt und habe kein einziges Feld bei denen gesehen. Ist eher unüblich. Das ist jetzt die letzte Fackel. Wie sieht es denn da draußen aus? Genau, hier drüben ist mein kleines Feld. Ich kann hier leider auch noch kein Wasser befüllen, weil wir immer noch kein Eisen herstellen können. Ich würde einfach nochmal gerne Kohle binden. Ich gucke jetzt gerade noch mal. Genau, von diesem Haus habe ich das Weizen geklaut. Aber hier ist wirklich kein einziges Feld. Unglaublich. Aber ich frage mich, von was die Village erleben. Die müssen doch eigentlich auch essen, denke ich mal. Wie ist das, wenn ich hier mal ein bisschen buddle? Normalerweise, sobald man irgendwo das Buddeln an der Oberfläche anfängt, kommt Kohle zum Vorschein. Und hier ist das nicht so. Das ist unglaublich. Oh, da wurde ein Hühnchen getütet. Nicht zu räuschen. Ich werde mir dann irgendwann mal einen sehr hohen Turm bauen, damit wir mal ein bisschen auf Reisen gehen können. Und ich dann auch hoffentlich wieder zurückwende. Und dann gehen wir schlafen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das, wenn ich hier nur die ganze Zeit am Abbauen bin, das rausschneiden soll. Ob das vielleicht zu langweilig ist. Ich denke mal, ich werde jetzt alleine mal kurz den Keller ausbauen. Und dann, ja, dann hole ich euch nachher wieder dazu. Wir sehen uns also bis später. Tschüss. Hey, ihr Lieben. Herzlich Willkommen zurück. Es ist gerade etwas spannend. Ich habe unten den Keller ausgebaut und dann eine Nacht geschlafen. Und wollte jetzt eigentlich in Ruhe meinen Boden machen. Und dann stand ein Enderman da unten. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Nee, er ist weg. Halleluja. Aber, ja, man soll halt doch keine Aufnahmepause machen. Sonst verpasst er ja das Beste und Spannetste. Ich denke mal, der ist jetzt erst mal weg. Gut. Auf jeden Fall. Ich habe erst wieder da. Ich weiß auch nicht, wie man so einen los wird. Ich weiß nur, wie man soll ihn nicht angucken. Was mir auch noch eingefallen ist während des Bauens. Ich habe doch extra Kohle übrig gelassen, um etwas Eisen abbauen zu können. Ja, wenn man dann ein paar Tage Pause dazwischen hat. Ich wusste das nicht mehr. Machen wir uns hier noch. Fangen wir wenigstens wieder vier Fockeln. Ich will da jetzt gar nicht mehr runter. Wir könnten uns ein bisschen ausrüsten mit dem Eisen. aber eine Schere und ein Wassereimer. Oh je. Was machen wir als erstes? Hm. Eigentlich fast mal ein Eisenschwert, würde ich sagen. Dass wir uns verteidigen können. Ich wollte jetzt dann eigentlich unten gerne die Fässer bauen. Aber es kam jetzt anders. Ich möchte unbedingt mal diese Bruchsteine loswerden. Es hilft nichts. Okay. Er ist erst mal wieder weg. Ich habe auch noch nie gegen einen Endermann gekämpft. Ich weiß nicht, wie man die besiegt und ob und keine Ahnung. So. Unten hätte ich es jetzt gerne andersherum wie oben. Also die Wände dunkel. Machen wir mal zumindest eine Wand fertig. Ich würde dann auch gerne, wenn wir das Inventar jetzt mal ein bisschen aufgeräumt haben, eine kleine Reise antreten. So. Ja, das passt jetzt dabei. Hm. Ich werde jeweils darüber oder darunter. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, das reicht so. Jetzt höre ich natürlich auch die ganze Zeit was, weil dahinter eine Höhle ist. Und dann brauchen wir uns mal die ersten Brisse. Stücke. Drei. Jetzt nochmal Erde, Stein, Holz und Diverses. Hm. 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 Der Platz war knapp. Ja. Machen wir mal. Sechs. Dann kommt ihr hier Erde rein. Den zweiten Stein. Dann mache ich hier alle anderen Steinorten. Hier käme das Holz. Das und das können wir dabei rein tun. Das hebe ich mir auf. Ähm. Hier die ganzen Fleischsachen. Und hier die Bäume. Eisen werde ich mal mitnehmen. Okay. Näh. Das nehmen wir mit. Das noch weg. weg. Ja. Und das. Das brauchen wir auch nicht. Dann. Dann. Nehmen wir das und das. Gucken kurz. So. Das muss wahrscheinlich wieder am untergehen. Genau. Hm. Ja. Aber das lassen wir jetzt dabei so. vielleicht noch einen kleinen Turm bauen. Ne. Wir gehen jetzt eh erstmal nicht weiter weg. Okay. Ich würde sagen. Ich würde sagen. Wir begeben uns morgen auf eine Reise. Das alles aber in der nächsten Folge. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Bis dann. Tschüss. Tschüss.